Herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig und diesmal geht es um Melanie Müller. Und ich wurde häufiger gefragt, Mensch, was ist denn bei Melanie Müller los? Gibt es da irgendwas Neues? Sie war ja in den letzten ein, zwei Jahren immer mal Thema und durchaus ging die Karriere von ihr so langsam bergab. Also klar, am Ballermann läuft es glaube ich noch ganz okay. Hier und da wird sie noch gebucht, auch bei einschlägigen Diskotheken. Aber ansonsten, ja, Ehe im Eimer, da gab es auch immer wieder Stress. Dann vermeintlich neue Liebschaften aus dem rechten Milieu. Dann, ja, auch die Razzia jetzt, wo man sagen muss, Mensch, heftig. Und es war nicht nur eine Razzia, die auch schon so krass ist, sondern es wurden da auch Drogen gefunden. Und jetzt fragt man sich, Mensch, was ist denn jetzt dort bei ihr los? Ihre Optik war auch oft Thema, muss sagen, ich bin kein großer Fan von den Schönheits-OPs. Jeder soll das für sich, ja, so lösen, wie er oder sie das für richtig hält. Allerdings halte ich das für sehr gefährlich, was mittlerweile der Trend ist, dass wirklich sehr junge Frauen, sie ist ja auch noch nicht alt, schon sehr früh anfangen, sich das Botox, Hyaluron und Co. Spritzen zu lassen, Lippen auffüllen und Co. Und das nicht dezent oder mal, sondern wirklich regelmäßig. Und die dann nach ein paar Monaten und Jahren wirklich komplett, sorry, zerstört ausschauen. Ja, und das muss man bei ihr leider Gottes auch sagen, auch wenn das jetzt sehr fies ist und ich wieder gekänzelt werde dafür. Ich muss sagen, das ist nicht in Ordnung, wenn Ärzte verschlimmbessern, beziehungsweise Leute eigentlich, die es nicht nötig unbedingt hatten. Sie war ja eine relativ natürliche und ist ja auch Geschmackssache. Für manche ist sie attraktiv immer gewesen, ja, oder vorher. Und wie auch immer, ich möchte mich da enthalten. Also mein Typ war es jetzt nicht, aber trotzdem, sie hatte ja ihre Optik und war ein Typ und war ja auch sehr erfolgreich und beliebt. Hat das Jungle Camp gewonnen und viele andere Formate und hat funktioniert. Und irgendwie ging es jetzt die letzten Jahre ziemlich bergab und ich verstehe nicht so ganz, was sie da treibt. Und dann kamen auch die ganzen OPs die letzten Jahre. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt ihr da so richtig gut geht mental. Und wie wirkt das alles so ein bisschen komisch auf mich. Aber gehen wir jetzt mal in den Bildartikel, was da jetzt genau passiert ist bei ihr. Und das hat es ganz schön in sich. Wir sind jetzt auf der Seite der Bild, wie immer, unten in den Quellen für euch angepinnt. Bei Finanzrazzia Melanie Müller mit Kokain in der Handtasche erwischt. Also ziemlich eindeutig. Klar kann es auch theoretisch für jemand anders gewesen sein. Aber trotzdem ist ja so oder so eine Straftat, ja. Und naja, Melanie Müller wird sich demnächst wohl auch wegen Drogenbesitzes vor Gericht verantworten müssen. Also schon ein ziemlicher Paukenschlag. Und dann geht es hier weiter. Weiter Leipzig. Erst Nazi, klar, dann Ärger mit dem Finanzamt. Und jetzt ein Drohungsskandal bei der gefallenen ehemaligen Journalkönigin. Melanie Müller auch erst 35. Das muss man sich mal reinziehen, ja. Also ich möchte euch nur sagen, 35, was ist, wenn sie 45 oder 55 ist? Wie sagt, Würde und Altern sollten wieder Hand in Hand gehen. Wurden im Rahmen einer Finanzrazzia in ihrer Handtasche Kokain und Ecstasy gefunden. Also nicht nur Kokain, sondern auch Ecstasy. Oberstaatsanwalt Rico Schulz, äh Ricardo Schulz, nicht Rico Schulz, bestätigt gegenüber Bild, der Angeschuldigten wird zu Last gelegt, an einem Tag im August 2023 unerlaubt Betäubungsmittel in ihrem Besitz gehabt zu haben. Also es ist auch krass, wie lange das hier alles schon bekannt ist. Gab ja einige Meldungen bei ihr, ne, aber hier ist es ja jetzt nochmal so ein bisschen frischer der Artikel, also brandaktuell. Die Drohungen sind ein Zufallsfund am 16. August waren Gerichtsvollzieher, Finanz- und Polizeibeamte im ehemaligen Bahnhof Leipzig-Waren-Sachsen, die Melanie Müller zu ihrem Wohnhaus ausgebaut hat. Angerückt, die Eckdschungelkönigin soll dem Finanzamt 57.493,88 Euro geschuldet haben. Also bei den Summen, die sie da verdient, wird das wahrscheinlich auch relativ schnell gehen, dass man da vielleicht mal eine Rate vor Steuer oder dass sich da was anhäuft. Gehe ich jetzt davon aus und wenn sie das bezahlt hat, dann hat sie das bezahlt, aber auch immer auf heller und fennig, ne, also wenn da ein Cent fehlt. Was passiert eigentlich, wenn man dann 57.493 Euro und 87 Cent überweist? Das heißt, kriegt man dann einen Brief vom Finanzamt wegen dem Cent? Hat das mal jemand von euch ausprobiert? Also ich will es mir jetzt nicht verscherzen mit dem Finanzamt, aber ich frage mal für, aus Interesse. Bei der Razzia Melanie Müllers Haus in Leipzig fand die Polizei die Drohung per Zufall. Während der Polizei, während der Razzia hielt sich Melanie Müller auf Mallorca, Spanien, auf. Trotzdem durchsuchen die Polizisten auch ihre Handtaschen. Da haben zwei Tütchen, eins mit einem weißen Pulver, eins mit einer Tablette. Die Staatsanwaltschaft brachte den Fund ins Labor. Ergebnisses waren 0,69 Gramm Kokain und eine blaue Ecstasy-Tablette. Klingt ein wenig nach Eigenbedarf, aber wie gesagt, für sie gilt natürlich auch die Unschuldsermutung. Und das kann ja natürlich auch nur zugesteckt worden sein oder das, ja, böswillig. Also das weiß man ja nie. Bereits im November hatte die Staatsanwaltschaft am Amtsgericht Anklage gegen Melanie Müller wegen des Tatvorwurfs des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln erhoben. Und dann geht es hier weiter. Für die Drohung in ihrer Handtasche hat Müller eine Erklärung. Es soll er sich um einen Restbestände ihres Ex handeln, sagte sie dann morgen Post. Ein Anfänger von Betlis Müller bislang unbeantwortet. Ja, das kann natürlich auch sein, also dann ist es der Ex wieder gewesen oder irgendjemand anders. Also gut, am Amtsgericht ist noch ein weiteres Verfahren gegen die Sängerin anhängig. Im September 2022 soll sie bei einem Aufritt mehrfach den Hitler-Kurs gezeigt haben. Hatte ich auch darüber berichtet, also wie gesagt, guckt immer gerne den Fundus meiner Bibliothek hier durch. Da sind sämtliche Gossip-Sachen der letzten Jahre aufgeführt. Also wirklich unfassbar, was es hier für eine Anzahl an Videos mittlerweile gibt. Das ist echt schon heftig. Gerichtssprecher Alexander Lenge zu Bild über die Zulassung. Beide Hauptverfahren ist noch nicht entschieden. Ich gehe davon aus, dass beide Verfahren zusammen verhandelt werden. Melanie Müller bestreitet, rechtsradikal zu sein, spricht von einer Pate-Geste, die sie Kai rufe, die mehrere Zuschauer ihr entgegengebrüllt hatten. Will sie nicht gehört haben. In diesem Zusammenhang hat es bereits im Oktober 2020 ein Staatsschutz-Razzia in ihrem Privathaus gegeben. Also sie ist mittlerweile in aller Munde und das nicht positiv. Und ja, früher hatte sie alles, den Spruch sprach ich mir jetzt, wer hat die Filme von ihr gesehen? Ja, okay. Also auf jeden Fall so einiges bei ihr auch los gewesen im Mund. Aber nun gut, es ist so, wie es ist. Und ich bin gespannt, was ihr jetzt unten reinschreibt. Ja, könnte besser laufen für Melanie Müller. Oder wie seht ihr das? Also geht irgendwie bergab. Und ich muss sagen, im Dschungel fand ich sie recht sympathisch. Beim Bachelor hatte sie diese Nummer, könnt ihr euch noch daran erinnern, wo sie dann nackt in den Whirlpool stieg. Und der Bachelor da meinte, bitte könntest du dir was anziehen. Das war übrigens dann auch die Zeit, wo sie dann ihre Heimatfilme gedreht hat, wie mein Vater aber gesagt hat. Und auf jeden Fall war sie da aktiv und hat sich dann aber ganz gut gemacht. Auf Malle erfolgreich und dann halt auch in einigen Formaten gewonnen und auch den Dschungel. Und beim Dschungel fand ich sie sympathisch. Da war sie wirklich sehr, ja, tough und hat alles mitgemacht, die ganzen Prüfungen durchgezogen. Auch diese ganzen ekligen Essensprüfungen wirklich für sich entscheiden können. Und ist so Dschungelkönigin geworden, ja. Wissen einige, denke ich auch noch. Und ja, seitdem geht es irgendwie stetig bergab. Und ich fand sie in den letzten Formaten ganz grausam. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber da fand ich sie immer so, boah. Ja, unangenehm. Und wie gesagt, sie ist erst 35 und das finde ich immer so schade, dass da im Prinzip die Karriere dann schon wieder vorbei ist. Und sie da irgendwie, glaube ich, die letzten Jahre so ein paar Sachen falsch gemacht hat. Das muss man ganz offen sagen. Ja, klar könnte es jetzt wirklich auch, ja, nicht von ihr gewesen sein. Und die ganzen anderen Sachen beim Finanzamt und Co., das kann ja mal passieren. Ja, man kann ja mal was vergessen, ja, oder ist mal etwas ungerechtfertigt, ja. Dass da irgendwie viel zu viele Steuern da irgendwie gezahlt werden müssen. Und das stimmt überhaupt nicht. Wie gesagt, das Finanzamt macht gerne Fehler. Ich weiß das sehr gut. Ich musste da schon einmal, zweimal, dreimal anrufen und sagen, ey, da liegt ein Fehler vor. Und dann war da irgendwie ein Haken nicht richtig gesetzt oder keine Ahnung was. Oder ich habe eine Mahnung bekommen, obwohl ich bezahlt habe. Ja, das gab es auch schon. Also, wie gesagt, die machen da auch nicht alle richtig. Das muss man mal so offen sagen. Wenn ich so viel falsch machen würde, wie das Finanzamt in Deutschland, ja, dann wäre ich schon fünfmal bleibe. Das muss ich ganz offen sagen, ja. Aber nun gut, sei es drum, kleiner Rant zum Finanzamt nochmal. Und ja, ich bin gespannt, wie das Thema weitergeht. Ich hoffe, euch interessiert das Thema. Ich bleibe gerne für euch dran. Melanie Müller war ja hier auch schon öfters Thema. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal eine Playlist, wenn sich das jetzt öfter anhäuft mit ihr. Und dann könnt ihr da so ein bisschen rumstürbern. Ansonsten lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ja, abonniert hier kostenlos, drückt die Glocke, folgt mir überall. Und ja, schreibt einen netten Kommentar, liked noch, was könnt ihr noch machen. Ja, und empfehlt gerne den Kanal weiter. Wie gesagt, wenn jetzt irgendwie von ein paar hundert Leuten, oder ein paar tausend, die das Video geguckt haben, jeder der besten Freunde oder den besten Freund, oder vielleicht sogar beiden, Bescheid sagt und sagt, Mensch, da gibt es einen Gossip-Kanal. Ja, dann würde ich mich sehr freuen. Das soll es dann für heute gewesen sein. Bis dann und tschau.